Übergriff an Schule in Bremerhaven. Wieder mal taucht ein Gewaltvideo auf und die Polizei hat nichts besseres zu tun, als die Gelegenheit zu nutzen, um sich mal wieder zu blamieren. Die Polizei, früher mal bekannt als Freund und Helfer, heute eher als Freund von Peinlichkeiten und Inkompetenz. Im Internet macht mal wieder ein Video von Jugendgewalt die Runde. Zu sehen ist, wie circa eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen einem anderen Jugendlichen auflauert und dann brutal verprügelt wird. Begleitet von den heroischen Worten Entschuldige dich, hast du große Fresse? Weißt du, wer wir sind? Dann wird draufgehauen, von circa vier Leuten, um dann während der Prügelattacke zu schreien F...deine Mutter. Ja, lyrisch hochwertig und rhetorisch gekonnt. Warum steht das eigentlich nicht zur Auswahl beim Jugendwort des Jahres? Naja, jedenfalls, dass dieses, ich sage mal, Werbevideo für gelungene Integration der Polizei nicht gefällt, ist jetzt nichts Neues. Üblicherweise hört man von der Polizei Äußerung wie Das Verbreiten solch eines Videos kann strafbar machen. Im Fall des Bremerhaven-Videos in der Schule hat die Polizei aber noch etwas Geniales draufgesetzt. So meint sie, der aus dem Winter, Ausrufezeichen, stammende Sachverhalt ist uns bekannt. Die Ermittlungen an diesem Fall dauern an. Tja, heißt das jetzt, seit dem Winter hat die Polizei es nicht geschafft, den Fall zu lösen? Und ich würde es mal so sagen, vertrauenserweckender in die Fähigkeiten der Polizei wäre es gewesen, wenn da gestanden hätte, Sachverhalt wurde bereits aufgeklärt, liegt bei der Staatsanwaltschaft, wird demnächst verhandelt. Aber nee, das steht da nicht. Die Polizei schreibt im Endeffekt, Naja, das ist aus dem Winter. Wir wissen zwar noch nichts, aber wir bleiben am Ball. An der Stelle möchte ich nochmal an die Greves Mühlengeschichte erinnern, wo die Polizei bis jetzt immer noch nichts rausgefunden hat, beziehungsweise der Staatsschutz oder einer von diesen komischen Vereinigungen ist da ja am ermitteln mit einem zehnköpfigen Team. Und bis jetzt gibt es da auch keine Information, ob die Polizei nur was rausgekriegt hat oder nicht. Wobei laut der letzten Pressemeldung, die jetzt schon auch wieder Wochen alt sind, ja, da sagt man im Endeffekt, na, wir wissen noch nichts, aber wir bleiben am Ball. Wobei man ja auch sagen muss, in Bezug auf Greves Mühlen und auch Gere hatte sich ja die Polizei noch wesentlich mehr mit Rom bekleckert, weil man ja großmäulig verkündete, man solle doch aufhören, irgendwelche Spekulationen über dieses Video ins Internet zu stellen und so. Also das würde nicht helfen, das würde nur Probleme verursachen, man solle doch einfach die Ermittlungen der Polizei abworten. Wobei man so tat, als würde es nur ein paar Wochen dauern, bis man da was Handfestes hat. Und naja, wie sie sehen, sehen sie nichts. Also die Polizei kann ziemlich froh sein, dass sie kein Erfolgshonorar bekommt oder per Provision bezahlt wird. Weil dann müssten bestimmt sehr viele Leute bei der Polizei mit Bürgergeld aufstocken. Aber naja, dass das Personal der Polizei immer schlechter wird, habe ich ja schon in einem Video mal dargestellt in Bezug auf die Polizeischule in Sachsen-Anhalt. Wo dieses Jahr befürchtet wird, dass rekordverdächtig ein Drittel durchfällt. Ansonsten stellt sich noch die Frage, warum die Polizei solche Videos, wenn sie Verbreitung finden, nicht einfach dafür nutzt, um Präventionsarbeit zu leisten. Wie verhindere ich Gewalt an Schulen? Was kann man gegen Gewalt an Schulen machen? Wie geht man mit Tätern um? Was gibt es für Strafen für Täter? Und 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 und. Aber nein, immer wenn es um Gewalt an Schulen geht und gerade dann, wenn es um Gewalt von Einwanderern an Schulen geht, dann verhält man sich immer möglichst schlecht. Übrigens, zur Herkunft der Täter möchte sich die Polizei hier ebenfalls nicht äußern. Obwohl es aufgrund des Videos völlig offenkundig ist, um wen es sich hier handelt. Die Polizei möchte aber auf die Gewalttäter Rücksicht nehmen. Dass damit die Polizei die Täter zu Opfer erklärt, ist auch wieder eine Sache. Ja, man hat sich wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert. Andere Polizeistellen sind dann wenigstens so schlau, um zu behaupten, aus ermittlungstaktischen Gründen können wir das nicht sagen. Also mich persönlich würde es tatsächlich mal interessieren, wofür sich denn der Schüler entschuldigen sollte, der dort verprügelt wurde von mehreren. Und warum die Täter glauben, dass es irgendwie eine Art Respekt sei, den sie da einzufordern haben. Und wenn sie ihn nicht kriegen, dann, ja, dann wird man halt, ja, handgreiflich argumentativ. Und droht auch noch Schlimmes der Mutter anzutun. Warum sich die Polizei immer wieder schützend vor solche Täter stellt, verstehen viele Leute nicht. Und als erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für die Polizei, wodurch sie dann gut dastehen würde, ja, kann man das halt auch nicht werten. Im Gegenteil, am Ende kommt bei den Leuten folgende Information an. Die Polizei versucht, Gewalt von bestimmten Tätergruppen zu verschweigen und zu verharmlosen. Ja, die Polizei schafft es immer wieder, sich erfolgreich schlecht zu verkaufen. Ja, früher war es mal ein Traumberuf, Polizei oder Feuerwehrmann zu werden. Heutzutage fällt das eher unter die Kategorie, Junge, Mädchen, lernt was Anständiges. Oder anders gesagt, wenn die Polizei das nächste Mal bejammert, dass sie zu wenig Personal hat, sollte sie sich mal überlegen, ob sie in Zukunft nicht mal ihre Arbeit richtig machen will. Weil dann würde man bei der Bevölkerung wieder besser dastehen und würde automatisch mehr Personal bekommen, weil die Leute sagen würden, Mensch, zur Polizei, da gehe ich gerne hin, da kann ich wenigstens was Sinnvolles leisten. Auch wenn ich da nicht so wirklich gut bezahlt werde für das, was ich da mache. Aber vielleicht will auch die Polizei einfach den Bürger dahingehend motivieren, mehr Eigeninitiative zu zeigen, sodass endlich es mal mehr Selbstjustiz gibt. In diesem Sinne, danke, liebe Polizei!